ARD Text im Auftrag von Funk 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 ich will und weil er genug mit und und zwar eine Reihe hin aber ich Oh, ich werde ihn mit der anderen Oh Funk genau landen Und Na, 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 na Ah, ja Na, 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 na Ja, na klar that was also halb geplant Gute Gute, ich habe noch Ja, das war auch halb geplant. Ähm, fail, aber epic. Hier muss die Reihe Steine hin. Und nicht hier. Ah, da kommt nämlich Holz hin. Und das muss ich jetzt erstmal sammeln. Vielleicht muss ich auch noch machen, damit ich wieder hochkomme und... Ja. Und ja. Und nein. Und ja. Und nein. Also ich könnte dann... Ach, okay. Minecraft habe ich ja hier schon immer seltener häufig Videos gemacht. Aber dann würde ich jetzt öfteren so sein. Oder fast immer. Weil ich jetzt erstmal wieder den Fly for Fun etwas leveln möchte. Ja. Ach, ich meine Feuerzeugung. Ich würde sonst jetzt die Raumkronen abgefackelt. Ja. Ja. So. Und... Man. Genau. Was wäre cmacht. Warte, mach ich mal. Ja. Und die Spiegel in den impose oder? Okay, das weiß ich einmal wieder nicht. Oh Gott, das ist schon so gut. Oh Gott. Oh Gott, da ist es. Oh Gott! es wird Nacht und ich guck hier draußen noch rum ähm 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 hast du ein Glück dass ich keine Waffen dabei habe ähm 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 Johörgbusήckmalוגin eine paaracha George in der Politik upp ähm 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 nein der sogar Das machen wir wieder. Wann ich das Glas einschleißen? Oder den Sand einschleißen lassen? Keine Ahnung. Ah, hier kommt ja noch Lava hin. Mal sehen, wie die Mauer aussieht. Dann mehr Holz machen. Noch mehr Holz. Stäbe. Und noch mehr Stäbe. Glückwünsche nehmen. Und aufstehen. So. 16 weiter. Na gut, insgesamt haben wir jetzt 18. Gucken wir mal, wie ich die Lava hergeschlillt habe. Ja, schön den Lava. Ach, hier ist noch Eisen. Und... Hey, da hab ich noch ein bisschen Glas. Hm. Anscheinlich. Fail. Fail. Oh, Mann. Das kann's doch nicht sein. Oh, tot. Ey. Wieso komm ich denn da nicht... Oh, da fällt noch Glas hin. Nicht drauf. Hm. Ach, ich liebe mein Toll. Ach, Gottchen. Ich habe sofort drin. Derholt! Die nimmt hin, die nimmt hin. Mathe. Oh, mir добав sein. Ich habe das einfach. Es ist echt nicht mit... Ah, doch, geht doch. Aber... Ich hatte ja zum Glück Erde dabei. Kann grad sagen, wie komm ich da jetzt rüber? Oh weia. Das müssen wir wieder zumachen. So. Da, da auch. So. Ach, von außen muss ich auch noch... Moment, holen wir den Lava einfach. Gehen wir mal schon mal mit. Noch oben. Okay. Okay. Ach, scheiße. Oh. Noch sehr viel Glas muss sein. Wirklich cool. Aber... Wirklich cool. Wirklich cool. Wirklich cool. Wirklich cool. Wirklich cool. Ich hab doch einen Schwerd dabei gehabt. Nee. Fail. Ach... Ähm... Ich muss hier einfach hin kriegen. Dass sie einfach runterfließen in eine leere Richtung. Aber ohne auf der anderen Seite rauszufließen. Deswegen wird's hier auch hier zugebaut. So. Das müsste mit meiner Idee passen. Da fehlt mir das irgendwie noch. Dass es noch da fließt. Hm. Ha, wo? Dann sieht das hier komisch aus. Ja, hier kommt auch noch Glas als Schutz dann auf hier hin. Aber dann kann man halt das wegwerfen und so. Auch. So. Ich mach mal auch die Lava da hin. Gehen wir mal runter. Ja. Oh weia. Ja. Ja. Aber im Grunde geht das eigentlich wieder. Ja. Das hier alles für sich noch abgriffen. Ja. Was sonst geht das? Das ist mal mit dem Lava-File würde ich sagen. Hm. Obwohl. Ich denke wir machen das anders. Das ist da in der Mitte. Dann bauen wir hier noch eine Reihe weiter irgendwie. die machen das dort ist das ab und mit ihren schönbild verabschiede ich mich heute mit Ich bin in Minecraft, ich bin in Minecraft, ich bin in Minecraft. Oh, ich bin in Minecraft.